Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reagieren wir mal auf das Musikvideo von Hey Moritz jeden Tag. Ähm, ja. Und übrigens, wer es noch nicht wusste, mein YouTube-Idol oder Influencer-Idol ist Hey Moritz. Also, wenn ihr das noch nicht wusstet. Jetzt wisst ihr es, ja. Ja, wir werden heute darauf reagieren. 200.000 Likes. Ja, ja. Äh, ich hab sogar auch geliked. Ja, weil, ja, weil. Let's go. Videos selbst gemacht mit Hilfe von ein paar Kumpels jeden Tag. Finanziert durch Rechtschreibfehler. Finanziert durch, durch HeyShop.de. Moritz, was ist das? Jeden Tag in einem Jahr. Jeden Tag in einem Jahr. 600 Videos jeden Tag. Leute, stellt euch mal vor, der würde halt echt 600 Videos jeden Tag machen. Und eine Million Abos in einem Jahr. Stell euch das mal vor, das wäre, das... Der macht ja schon 8 Jahre YouTube. Also, hätte er dann schon 8 Millionen Abonnenten. Oder der hätte schon 9 Millionen. Ja. Also, Moritz. Hier müsste jetzt so mit, ähm, hier, äh, Fotobearbeitungs-Dings da... Ähm, ich hab keine Ahnung, was heißt, äh, ne 8 oder ne 9 bearbeitet werden. Eine Million Abos in einem Jahr. Der kleine Junge hat ein festes Ziel. Oh, shit. 600 Videos jeden Tag. Eine Million Abos in einem Jahr. Das hier finde ich richtig cool gemacht, dass der da so... Dieses... Ding da halt, ne? Also... Das er so... Gemacht hat. Oh mein Gott, wie dumm. Und ich finde das... Okay, nein, sag ich gleich. Aber es ist wirklich so viel, so aufwendig gemacht worden. Ja, also ich finde das auch richtig cool, dass der das hier so unten war. Aber das ist jetzt nicht das aufwendigste. Aber wirklich einfach nur krass, Moritz. Also du schaffst einfach, ähm, äh, so... Also, ich muss kurz noch was sagen. Also ich hab ja vorher auch DailyVox gemacht. Und ich hab es bis DailyVox 4 geschafft. Und er hat es bis DailyVox 700 geschafft. WTF mit Schule und alles drum und dran, Leute. Wie? Wie? Ich schaff's nicht mal mit Schule. Äh, ohne Schule schaff's ich's auch nicht. Also, WTF? Es war 2000... Also, erst mal richtig Respekt an dich, Moritz. Also, das hast du echt gemacht. Und zwölf. Ich hab einfach einen Kanal erstellt. Ohne Witz. Keiner kannte mich. Und jetzt machen alle anderen mit. Meinem Namen Klix. Hatte nicht... Hier erst mal schön die Klix da reingearbeitet. Huch ganz vergessen. Ah ja. Viel aber eine Vision. Immer hart am Hustlen und es hat sich gelohnt. Alles, was sie wollen, ja, das hab ich schon. Und heute sind wir mehr als eine Million. Und der Plan ging voll auf. Wie hat alles geklappt? Boah, Leute. Schaut euch mal den Boden hier an. Ey, das frag ich mich auch mal. Der Boden glänzt ja wie Eis. Oder wie sagt man das? Wie Spiegel. Ähm, ja. Wow. Also krass, dass Moritz sich da traut, mit Barfuß darauf zu laufen. Moritz, warum ist da eigentlich nicht dein Vater mit dabei? Also, wenn deine Family, meine Family hatte mal an mich geglaubt, das gehört doch eigentlich auch dein Vater dazu, oder? Ach, egal. Ist egal. Ja, also das war auch ein sehr krasses Video, das mit dem Pferd. Und nimmerkauf ich meiner Mom von dem Geld. Sein Haus. 100 Videos jeden Tag. Einem Nio in einem Jahr. Wow, super Refrain. Also, ich meine das jetzt gerade ernst. Also, ich liebe diesen Refrain. Also, ich höre das Lied bestimmt dreimal am Tag. Und ich feiere es einfach mega. Eine Junge hatte ein Ziel. Oh, shit, der Grind ist real. 600 Videos jeden Tag. Einem Nio in einem Jahr. Der kleine Junge hatte ein Ziel. Oh, shit, der Grind ist real. Jetzt bin ich 17. Eigene Wunder. Ähm, eigentlich würde es jetzt stehen, jetzt bin ich 18, eigene Wohnung. Weil das ist jetzt schon ein Jahr her. Warte. Ja, ein Jahr. Also, fast ein Jahr. Aber jetzt ist er auf jeden Fall 18. Also, auf jeden Fall auch richtig krank, dass er mit 17 eine eigene Wohnung hat. Also, ich würde es auch, aber ich werde es nicht schaffen. Wie Tim da auch einfach so filmt. Richtig cool. Ich fände das auch sehr cool, dass der da Simon Will erwähnt hat. Also, wenn ich Simon Will wäre, ich wäre ausgerechnet. Das hätte ich geschrieben. Dezember, ein Name, auch im April. Ich fang gerade erst an. Ich fang gerade erst an. Merk dir meinen... Leute, nice. Moritz, wem wäre es aus? Könnt ihr mir das bitte beantworten? Also, ich muss noch mal sagen, ein richtig cooles Video. Und ich... Also, bei Sachen, die ich mir zum Beispiel nicht traue... Okay, das hört sich jetzt gerade so falsch an. Also, wenn ich... Ich habe ja einen Zornschwanger und ich hasse einfach den Kiefer-Tipp hin. Und wenn ich dann so zum... Dahin gehe, dann höre ich mir immer davor dieses Lied an. It's no joke, das ist jetzt nicht so gefaked, wie die Leute das machen. Also, ich höre mir halt davor immer dieses Lied an. Und dann, wenn ich auf diesem Art-Schloss sitze, denke ich einfach immer an dieses Lied. Das ist einfach cool. Aber ich muss sagen, dieser Shuffle-Dance, der war ja auch mal richtig in. Also, ich kann das gar nicht. Also, ich konnte es mal, aber nicht so gut wie Lea. Wow, also das Rad am Ende, das fand ich auf jeden Fall cool. Mein Rad ist dafür in die Tonne gefallen, weil ich kann... Also, ich kann Rad, aber ich konnte es. Also, jetzt... Keine Ahnung, ob ich es kann. Ja, das war jetzt auf jeden Fall ein bisschen Lost-Turnier. Ach, egal. Ja, auf jeden Fall auch super gestoppt hier. Was man ja als Jess-Kamera-Mann aushalten muss. Aber ich finde es richtig cool, dass Moritz fast wirklich in jedem Video diese Outtakes reinmacht. Also, die muntern mich einfach richtig auf. Moritz macht dann weiter so. Also, Junge. Oh, shit. Also, hier auf jeden Fall nochmal Danke an... Auf jeden Fall. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne. Hey, Moritz und mich und tralala. Bis zum nächsten Mal und tschaui.